Wenn Saudi-Arabien, Katar oder Dubai einen Preis verleihen, dann sprudeln die Petrodollars nur so vor sich hin. Der Trick ist uralt, aber er funktioniert immer noch. Wer unbedingt Aufmerksamkeit erzielen will, der stiftet ganz einfach einen Preis. Der drängt in die Öffentlichkeit, wird in den Medien gehypt. Denn alle denken, wenn einer einen Preis stiftet, dann muss er doch etwas Gutes damit wollen, eine Message haben, das Wohl der Gesellschaft vor Augen. Das ist natürlich naiver Unsinn. Ein Preis dient sicherlich auch dem Preisträger, mehr aber noch dem Preisverleiher. Für jeden Dollar, den dieser investiert, macht er ein glänzendes Geschäft. Viel mehr, als er je für PR-Maßnahmen zahlen könnte. Eine Million Dollar hat der saudische Außenminister Abdelaziz bin Abdullah bin Abdulaziz für seinen Übersetzerpreis ausgesetzt. Der Vorsitzende der Jury, der saudische Erziehungswissenschaftler Michel Al-Shamari. Ziel des Preises ist es, den kulturellen Dialog auf der ganzen Welt durch Übersetzungen zu fördern und auch die arabische Sprache zu bereichern. Der Preis wird in vier Kategorien vergeben, die jeweils mit 200.000 Dollar dotiert sind. Übersetzungen im Bereich der Geisteswissenschaften, Religion und Literatur einerseits, Übersetzungen im Bereich der Naturwissenschaften andererseits, jeweils vom Arabischen und Insarabische. Und es gibt einen Sonderpreis für Institutionen, die Übersetzungen fördern. Übersetzerpreise sind lobenswert. Vor allem, solange Verleger in Europa den entscheidenden Wert einer hervorragenden Übersetzung noch immer nicht honorieren und viele Verlage schändliche Hungerlöhne zahlen. Insofern könnte man dem saudischen Monarchen tatsächlich danken. Doch der dankt bereits sich selbst. In den Papieren des saudischen Außenministers klingt das dann so. Seine Hoheit, der stellvertretende Außenminister, dankt seiner Majestät, dem saudischen König, für die Austragung der Feier der Preisverleihung in der deutschen Hauptstadt Berlin, was den internationalen Charakter des Preises festigt und ihm eine stetige Öffnung auf alle Kulturen und Sprachen ermöglicht. Seine Hoheit dankt den Deutschen auf offizieller und privater Ebene für die Anerkennung der hehren Ziele dieses Preises. Das ist nicht nur völlig verquast, es offenbart auch eine bizarre Logik. Hier dankt der Preisverleiher, der saudische Außenminister, dem saudischen König, dafür, dass der einen Preis gestiftet hat. Und dafür will er nun auch gern die Anerkennung der Deutschen. Saudis schmeicheln Saudis, Saudis schmeicheln Deutschen. Zum Eigenlob kommt der Drang, endlich von der ganzen Weltgemeinschaft anerkannt zu werden. Als Demokratie und Hort der Menschenrechte ist Saudi-Arabien jedenfalls nicht aufgefallen. Das Land ist Lichtjahre von westlichen Standards entfernt. Hinrichtungen und öffentliche Ausbeitschungen sind an der Tagesordnung. Saudi-Arabien finanziert die Salafisten und Islamisten auf der ganzen Welt, ist der große Gegenspieler des arabischen Frühlings. Ausgerechnet diesem erzkonservativen und menschenverachtenden Regime rollt Wovereit nun den roten Teppich aus. Heute Abend gibt es ein großes Medien-Event in Berlin, bei dem viel gelächelt, gedankt und gefilmt wird. Die Preisverleihung findet ja im Roten Rathaus statt, in Anwesenheit und unter Beteiligung des regierenden Bürgermeisters Klaus Wovereit. Der flüchtet sich in einer Pressemeldung schon einmal in Phrasen. Von der kulturellen Schnittstelle Berlins, die immer größer wird, und von der Offenheit der Stadt. Doch ob die Saudis dafür die richtigen Partner sind, man darf es bezweifeln. Saudi-Arabien wird sich in Berlin so zeigen, wie es ist. Reich, aber verklemmt. Berlin war bisher das genaue Gegenteil. Arm, aber sexy.